Damit Peter hier die Böcke präsentieren durfte, respektive das kommentieren. Also Peter und Böcke mit auf die Bühne. Und hier sicher eine sehr gute Möglichkeit für Fotos. Wir haben hier Böcke dabei. Wir werden das sehen, die wirklich ein Augeweizig zu schauen. Auch mit diesen impulsanten Hörnern. Und ich glaube, da ist eine Sensation mit diesen wunderbaren Böcken auf der Bühne. Die Peter Friedhauer kommentiert. Alle anderen, die die Mutter und die Tochter züchten, mit Mutter und die Tochter.